Hallo Freunde und herzlich willkommen in einem neuen Video von iShowMatthew. Heute werden wir ein Nulls Brawl spielen mit meinem Italiener, meinem bester Italiener Freund. Und ja, ich wollte sagen, wenn dieses Video euch gefällt, dann lasst ein Abo da und ein Like. Und wir starten bald, also jetzt in den Grunde rein. Okay und ja, der ist halt Italiener, der nimmt gerade auch auf. Und ich lasse euch bei den Kommentaren seinen Namen für seinen Channel. Vielleicht werdet ihr ihn nicht so gut verstehen, weil er ist halt Italiener. Ja, ich bin auch Italiener, aber ich rede dieses Mal Deutsch, ja wegen Deutschvideos. Und ich wollte sagen, ich habe einmal mit ihm ein paar Videos gemacht. Und das war alles auf Italienisch. Und ja, ich gehe mal einmal in diese Maisie rein, aber das war nicht eine gute Idee. Ich wusste jetzt, dass es nicht eine gute Idee war. Okay, schon reingekackt. Ähm, schon reingekackt, das ist nicht so gut. Und ja, okay, ähm, ich will mal ein bisschen mit Stu spielen. Ja. Ja, ich spiele jetzt mit Stu. Weil Stu ist voll krass. Weil Stu ist voll der Skill-Brawler und ich bin voll gut mit Stu. Deswegen, ja. Ja. Ich mag's du. Ja, das soll das Spiel-Brawler. Ich spiele ihn gern. Was mit Alessio? Ähm, was ist jetzt mit meinem Freund hier? Ach, egal. Keine Ahnung. Ich glaube, die Ulti. Ähm. Also, Leute, ähm, eine wichtige Ansage. Mein Freund ist leider offline gegangen. Der musste leider offline gehen. Deswegen, ich habe ein bisschen mit ihm gespielt. Also, nächstes Mal, ähm, werde, werde ich wieder mit ihm spielen. Aber es gibt ein Problem. Leider kann, ähm, mein Freund nicht mehr so viel in YouTube sein. Und deswegen, ja, in zwei Monaten oder so, der wird wieder YouTube machen. Aber, ähm, ja, der wird in zwei Monaten wieder YouTube machen. Und eine wichtige Ansage. Eine wichtige Ansage. Am 8. März würde ich nicht, ähm, aufnehmen. Weil es gibt in Italien einen Fest. Ja, einen italienischen Fest. Deswegen, ich werde nicht einfach, ähm, aufnehmen. Am 8. März. Das war eine Info. Und ja, ich hoffe, den Video hat euch gefallen. Und bis nächstes Mal.